Hallo, mein Lieben, TV-Kind.de. Willkommen zum dritten Part, äh, ich sag schon Minecraft, ähm, Mario Kart 8 Online, zu dem dritten Part. Wir nehmen, was sollen wir nehmen? Heute ist der liebe Maurice Traumannick leider nicht dabei. Ja, ich wollte ein Bike nehmen, aber ist jetzt auch egal, ne? Ist jetzt auch egal. Egal, ist jetzt auch egal. Oh, mit mir sind das zwölf, ey. Oh no. M-Family, hallo. Frankreich, Provinz, Alpes, Guti. De. Azur, Azur. Wer ist denn erster? Oh, der feine hier, oder? Hm. Nachtschlecht, Nachtschlecht. Aha. Cool. Oh, das ist ne... Oh, Mädchen. Hm, hm. Feine Damen, meine ich, natürlich. Hm. Oh, das dauert so lange immer. Ich bin ehrlich, ja, als ob die Pflanze hier nicht, sie nicht getroffen hat. Als. Ich komme auf den dritten Platz, so. Oh, lol. Was hat der denn, Alter? Oh, M-Family ist das, okay. Rob. Das ist Rob. Auch geil, der ist gefährt. Und das ist auch cool. Ja, geil. Su-tsi-su-ee. Oh, schon gewonnen. Oh, noch sechster gewonnen, ey. Gut. Bruno. Das ist... Das haben wir jetzt nicht. Warum haben alle die goldenen Reifen, ey? Ich will die auch haben. Ich weiß auch nicht, wie man die bekommt. So schreibt in die Kommis, wie man die, äh, goldenen Reifen bekommt, weil ich habe schon das, fast das Vollständige. Und ja. Ja. Deswegen. Ich habe jetzt den Goldgleiter, das Goldcard, aber noch nicht die Goldreifen. Ich brauche nur noch die Goldreifen. Und den... Also es gibt einmal ein goldenes... Also einen goldenen Gleiter. Der ist aber von innen ein bisschen schwarz. Nur der Rand ist so gold. Den habe ich. Und es gibt einmal einen Goldgleiter, der ganz aus Gold ist. Oder alles gelb, so goldfarbig. Und den will ich haben. Wollen wir loslegen. Hallo. Hallo. Einfach so. Wollen wir loslegen. Ja. Wir legen jetzt los. Wir. Wir. Na gut. Die ist okay. Ist aber ein bisschen dramatisch. Sissi ist auch Deutsche. Oh, okay. Ninjas. Spanien. Kastilien. Lamont Schaafen. Ich habe da bei mir, bei mir einfach nur deutschlandisch hingeschrieben. Sieh dir, der hat auch dieses Goldkappen mit den Goldreifen links neben mir. Dieser Lacktipp oder nicht? Das war Ludwig. Ja. Also so ein derer Charakterlieb. Der hat ja hier, ne? Ihr wisst schon. Der hat sogar die komplette Goldkombination. Ich werde auch mal ein bisschen mehr fahren jetzt, also Mario Kart 8. Ich glaube, die Welt bekommt man in Schlacht. Da muss man glaube ich andere Gegner. Da muss ein bisschen Zeit fahren. Oder Schlacht oder Zeit fahren. Weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal gucken. Googlen. Okay, go, go. Boah. Oh, da liegt die doch. Die Bananahen. Die Lungmotor wird eigentlich nie herrlich. ich bin anstrengend ja klar ja klar nicht runtergekommen schlechter könnte sogar besser werden ich bin mein erster geworden oh nein ich dachte er hätte es verloren super day super die coole jetzt sind ja ich bin nicht schön den Stern jetzt sind ich sage euch die verpasst da muss man schon ein Auge für haben da muss man schon genau aufpassen oh fast fast erwischt und führte jetzt auf 6 da oder was Mann ich guck jetzt auf links aufs Gamepad und jetzt auf den Fernseher gut trifft die? ja so die hätten wir auch schon ja aber ich hab sie nicht getroffen das war umsonst jetzt jetzt das ist die Abgründung Punkte links ja also es geht schon übersieht man leicht aber so leicht jetzt es geht zweiter noch lol konnte ich mir zweiter werden nur mit meinen Pilzen konnte ich zweiter werden lol mehr Punkte mehr Punkte krass war doch geil geil Diffin Lagune viel Glück Dankeschön Link heißt er Link aus Kanada Neufund Land und Labrador hier gibt es so viele Japaner im Team bin ich gerade vor einem Japaner also vor einem Link bin ich auf jeden Fall das ist dieser Link aber ne ist grün voll gut dass man die Namen sieht irgendwie wie Minecraft so ne bei der jetzt jetzt passiert Bruno ich habe ja bei ich er eh das sind das in den ständigen ziel ich hab den Platz gefahren, das wusste ich gar nicht, dass ich ihm die Platz fahren kann oh nein, hier hast du so goldenen Reifen ein ich kann so oh geil, das war Tapschraum abgerackt, Alter, ich rec hier immer ab was ist das? immer verreckt ich hier ja, er hatte Pilze, ist klar, alles klar niemand nutzt hier auch gut, ich hab heute außer ich, ne? da passt niemand die ist gut empfehle ich euch nur, die ist echt gut damit könnte man ein paar Plätze haben nein oh man ey, warum sind die heute alle so gut? ah, ich mein, das sind Japaner stimmt, das sind Japaner oh man ich bin untergeschmissen glaube ich was hatte der tot denn da? hatte er so ein Goldbike oder was? sah jedenfalls aus wie so ein Goldbike oder so auch wenn es die hier gar nicht gäbe oh gut eine Staffelpfanne habe ich lange schon nicht mehr gehabt aber sehr lange alter ja komm, das war ja zu riskant alter nein na jaaaa geil boah, das ist ne lol da hat er noch dritter gewonnen mit dieser genangsten Abkürzung da muss man aber echt aufpassen geil lol lol ich hab irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen ey ich glaub vom Musikunterricht schon schon los dieses Lied wisst ihr noch? ach zufällig komm wohl viele schönes Spiel ich weiß, dass es ein schönes Spiel ist oh da ist hier eine auch eine habe ich mein Handy hier oben? oh ne schade sonst könnte ich gucken wieviel man Kumpel Maurice Tomaneck an Abonnenten hat er heißt ja auch Maurice Tomaneck ich heiße eigentlich Nils Kuhn jetzt nie komplizierter Name ey echt aber es gibt so viele Leute mit Nils Kuhn jetzt nie Osländer jedenfalls äh und hier man kann übrigens mit dem Pilz durch den Wasserfall da durchfahren gerade aussehert bei mir aber macht anscheinend niemand nur mit dem Pilz geht das aber dies richtig ist gut dann raus muss man vielleicht hier links ins Wasser rein Sissy ich will dich rupen mit der Rupe wegruppen wow what the eh ja nice oh ja Epic Eduard hat gesagt er hat zu mir gesagt ich habe eine irgendwie so eine Stimme gemischt aus Dehner umgespielt äh Paluten die Lochis und Izzy und Cap wahrscheinlich auch noch und Paluten glaube ich auch nicht 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 ich will nicht im Wasser ah Mist genau das wusste ich warum wusste ich es warum wusste ich es warum wusste ich es ich bin noch nicht nicht aber ich nicht nicht aber ich nicht ich weiß nicht was irgendwie ist es das Spiel soll einfach Spaß machen kommt eigentlich nicht drauf an ob man letzter oder so ist irgendjemand muss sein letzter werden ich bin letzter ähm ich weiß jetzt nicht ob ich echt letzter werde bitte ich muss ihn an nur noch ihn bitte wenn ich ihn jetzt nicht mit dem stern einholen oder brunnen oder ne scheiß schade ich mache ich mal mit bewegungssteuerung nein jetzt habe ich zufällig genommen egal alles klar ähm was wollte ich noch mal machen alle zwölf ich mache jetzt nur bewegungssteuerung Leute so dazu muss ich mich richtig hinsetzen und nicht hinlegen weil ich leg mich sonst immer hin so ne kann auch alles klar Vereinigten Staaten Staaten Vereinigte Staaten Niko Niko da 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 so jetzt weiter die bewegungssteuerung richtig viel irgendwie ist richtig schwer aber macht Spaß irgendwie so ein Lenkrad ist es dann bist du also ja ist ja klar aber ich fühlte sich auch echt wie ein Auto der so ein wow jetzt gibt es hier sogar 12,7 Meter mit bewegungssteuerung ja das scheint nicht besser zu sehen die bewegungssteuerung ne also ich empfehle euch bewegungssteuerung da kommt ihr auch da ist ein Gas zu geben was ist das dummste was man im Mario Kart 8 vergessen kann nicht Gas zu geben das passiert richtig oft das war war da wer dann m ein wenn wir wenn wir doch wenn wir als vorliegen die Idee Vielleicht war er nicht letzter. War er fast. Aber ging allzu nur eingesetzt, ne? Oh, ich hab schon 10 Minuten. Oh, nicht mein letzter. Das ist gut. Das ist nicht mein letzter. Ey, aber das Problem bei Bewegungssteuerung ist, du kannst die gar nicht so richtig lenken. Da muss man richtig gut sein. Und da wird sie schocken. Lol. Voll cool. War trotzdem nicht gut, aber... Trotzdem. Ba-la-ba-la. Ja, schnell, dann mach, mach, mach doch. Mach, 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 mach. Mach, 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 mach. So, B. Ah, ja. Also das war's für diese Folge. Schau bei Epic Edu vorbei. Lasst eine Bewertung da und mach's gut. Ciao. Ciao.